da gucken wir doch mal so kann man mich sehen kann man schon ich glaube man kann mich hören jetzt ist dann nur die frage kann man auch das spiel hören ja da spielt man auch so einen wunderschönen guten abend mal wieder ein traumhafter klang und bild sehr schön vielen dank ich habe mich extra hübsch gemacht also alles was rauszuholen war habe ich rausgeholt so streicher zersparen für interloper bau eine fackel und mach mit der feuer an jedes streichholz ist dann ein feuer das habe ich noch nicht so ganz verstanden weil um eine fackel anzumachen brauche ich auch ein streichholz nicht rasiert ja das stimmt was soll ich sagen es gehört dazu so funktioniert denn hier alles ich kann alles sehen ich kann alles hören man kann mich hören offensichtlich fackel anzünden geht immer auch wenn man keine streichholz hat ach so meinte das okay das stimmt okay habe ich verstanden ja das stimmt wobei ein feuer mit einer fackel machen prozentual auch nicht 100 prozent ist okay also wenn aber den casten verklaust eine wunderschöne gute abend an die liebe hoppel ob sah an den lieben carsten an den lieben die geritter an dki 27 an burrito an lu trian an mount hier an andy und an den ingo natürlich warum aktualisiert der chat aber das bild nicht wenn online na genau und der mutter schreibt auch man kann mit einer säge auch schößlinge ernten schößlinge ja das habe ich mittlerweile auch rausgefunden beziehungsweise das haben ja schon einige geschrieben das funktioniert jetzt hallöchen kratzwurst aber zu dem zeitpunkt der aufnahmen da ich ja ein bisschen vor produziert habe wusste ich das noch nicht okay wir starten mal mit der gejagt teil 2 challenge hat sich ja schon in etwa so angekündigt hat heute machen herausforderungen benennen die jagd teil 2 mit wer auch das geht nicht mehr dann halt jetzt bist du der jäger spüre den alten bären mit dem bären tüter gewehr in der hand in seiner höhle aufnehmen das gewehr und tritt dem alten bären gegenüber probieren wir mal also sekunde erstmal kurz hier wenn die leise machen so da draußen da draußen steht da der wer erwartet da auf uns so und ich habe mich gefragt so vielleicht noch mal kurz auf soundcheck ich von den von den ausschlägen der balken hier sieht es eigentlich ganz gut aus ob spiel sound und meine engelsgleiche stimme zum verhältnis passen so wir starten ja hier immer immer gleich also sprich im im haus des pelzjägers und der bär wartet schon raus nach uns jetzt muss ich gerade mal gucken hier ich sammle erstmal alles ein und ich sammle erstmal alles ein und guck mal was wir dann davon haben viel spaß möchte mich erst auf youtube spoilern lassen so viel zeit habe ich leider heute nicht schreibt kratzwurst kratzi was soll das denn ja ist kein problem also wenn du keine zeit hast hast keine zeit noch stiefel schön schuhe schön so pass auf wir machen auch erst noch wir machen ganz ganz in ruhe machen wir den safe auf gucken wir mal da waren schon das ging fix da war ich nicht darauf vorbereitet dann machen wir es halt langsam was denn hier los das ging schnell und natürlich ist das safe leer so pass auf dann gucken wir jetzt erst noch mal gerade nach den klamotten das machen wir natürlich so machen hier mal so die sind ja schon mal nicht schlecht hier die handschuhe ziehen wir auch an so dann ja pass auf die zerlegen normal denn ich würde gerne die klamotten natürlich mal ein bisschen reparieren hallöschön olli sonst habe ich nichts übersehen so pass auf die lassen wir hier die bauen nämlich nicht 38 prozent sollen die reparieren wir haben nur einmal stoff eingesammelt wir haben nur einmal stoff eingesammelt und dann wäre es mir lieber wir reparieren gerade mal kurz den pullover in der hoffnung dass das funktioniert natürlich nicht warum auch stoff ist stoff ist weg stoff ist fort so und diese gejagd challenge ich habe die zwischendrin schon mal noch mal gespielt von daher weiß ich vor was abgeht ich muss noch gerade mal gucken dass wir gut vorbereitet jetzt hier loslaufen und nicht zwischendurch noch was machen müssen was werden vorher machen können solange wir den bär noch nicht verfolgen müssen sieht eigentlich soweit ganz gut aus so pass auf wir gehen jetzt ist wir gehen raus ja schönen abend kratzwurst lauf so da ich weiß wo der welt anläufe manchmal direkt abkürzung einen wunderschönen guten abend hot dog und wolf einen wunderschönen guten abend schon wieder tld schreibt da ja aufgrund des patches der gekommen ist hatte ich zwischendrin angekündigt dass ich wollte die gejagd teil zwei challenge mal spielen werde und das machen wir jetzt heute mal denn von den let's place her ist wohl und lag ja gerade gut ausgelastet mit elvira die wir ja immer noch spielen auf dem schwierigkeitsgrad stalker und natürlich mit rick gehen wir jetzt für interloper das war schon ein bisschen knapper dem für interloper jetzt angefangen haben so und von daher hätte ich die gejagd teil zwei challenge als normales let's play halt einfach nirgendwo bei unterbringen können und dann habe ich gesagt die machen wir noch gleich mal im stream so und dann machen wir das mal ganz easy hier und ich schreibe bild und ton sind bei mir nicht synchron ich starte mal neu bild und ton bei den anderen synchron bild und ton sind synchron schalala lalala so da hinten läuft da der bär da irgendwo da da ist er da red skin einen wunderschönen guten abend so ich glaube wir werden zwangsläufig ein bisschen probleme mit der kälte kriegen die frage ist ja ob wir die ignorieren denn eigentlich ist es gar nicht so kalt ne frage ist ja ob wir uns darauf konzentrieren den bären einfach weiter zu jagen da kommen wir probieren das mal ich probiere mal ob wir wenn wir uns gar nicht aufhalten wie weit man kommen kann also wenn wir nur wo reingehen weil eigentlich ist gerade echt gutes wetter der andy fragt hat mich darauf geachtet aber könntest du das geschlecht aussuchen ja ich meine schon wobei ich mir jetzt hätte ich gesagt nicht so sicher bin ich bin auf jeden fall ein mann wir spielen einen mann auch doch schreibt bei mir ist auch alles prima heute läuft flüssig sonst gucke ich hier ja auch in einzel bildern ne du du ist sonst streame ich in einzel bildern das hat nichts mit dir zu tun post lecker matete wie viel muni haben wir eigentlich am start zehn schuss also ich kann es ja noch mal hier sondern wir haben jetzt noch acht haben schon zweimal geschossen wir können aber theoretisch munition finden also die male die ich zumindest im test bild probiert habe da lag im lagerbüro immer ein bisschen munition du kannst ja von so einem komischen wolf nicht auffall aufhalten lassen und der hoblopse hat offensichtlich besser aufgepasst als ich und schreibt klaus konnte sich das geschlecht aussuchen haben wir gut gemacht ok es ist doch kälter als gedacht was für mich bedeutet wir werden doch mal kurz ins lagerbüro reinspringen warum 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 so wenn der sommer kurz ins lagerbüro reinspringen wir müssen uns aber jetzt beeilen damit für die spur vom wolf nicht verlieren wir auch vom wolf vom bären nicht verlieren aber das ist doch ein bisschen kalt hier das ist doch ein bisschen kalt deswegen gucken ob wir irgendwas finden was wir brauchen können ich werde jetzt nicht jeden jeden krempel mit mit genau hier diese drei patronen lagen eigentlich bisher immer da wo ich hier war den kanister nehmen damit kommen hier energieregel ist super dann kann man zwischendurch mal verschnappolieren großen auf einer haben wir schon energieregel ist super ich schieße nie daneben ich schieße nie daneben die lupe nehme ich mal mit wer weiß wozu es gut ist die brauchen wir nicht so und ist jetzt das ist jetzt irgendwie echt kalt wir müssen mal gucken wir haben halt nicht so viel zu trinken haben wir eine limo übersehen aber guck mal hier zack so trinkproblem gelöst so jetzt habe ich mal dass wir die spur vom bären noch mal wieder finden er müsste ja hier irgendwo gelaufen sein hier läuft er doch also hier liefert er doch äh irgendwo hier muss er doch ja ich weiß nicht ob der bär weg ist also ich habe ein paar mal getestet und also weg wird er mit sicherheit nicht sein aber man hat deutliche probleme den bären wieder zu finden weil man hat im prinzip ja nur wenn der bär einmal läuft nur den anhaltspunkt der blutspur und der fußspuren und ich habe das einmal privat getestet und da war der bär so ad hoc nicht mehr auffindbar von daher da läuft da also da ist er lang gelaufen ja also keine ahnung also ich denke mal nicht dass man dass man jetzt unbedingt so stressig hier rumlaufen müsste aber die frage ist halt wie findet man den bären wieder wenn man die spur verliert also dann hilft ja nur suchen also oder hinten dahinten ist also hat einer von euch die 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 gejagt challenge ich bin mir ziemlich sicher ich habe ihn da hinten gerade gesehen er schlägt haken hat einer von euch die gejagt challenge schon mal beendet erfolgreich er flüchtet einmal um die map schreibt der dk ja aber da ist halt auch die frage es gibt halt durchaus ja ein paar wege die ja da gehen kann so ich glaube ich höre ihn aber also ich höre zumindest die krähen da ist er doch der herr bär lauf doch nicht weg lauf doch nicht weg mein freund lauf doch nicht weg okay obelhoff schreibt ich muss erstmal gejagt teil 1 schaffen und hotdog schreibt ja 100 mal im schlaf jetzt habe ich die spuren verloren wo sein so passiert es nämlich da hier sind spuren da ist blut ich kriege das rund aber ich habe das update noch nicht xbox müsste aber eigentlich jetzt nächste woche kommen normalerweise dauert das doch dann so irgendwie eine woche oder so zehn tage oder sowas meine ich gelesen zu haben alter ernsthaft das war ein bisschen knapp ne so der wäse hier durch den baum gelaufen man kann es ganz leicht erkennen ich habe mich aber beim mörb gespoilert ja ich muss ganz ehrlich zugestehen ich habe so long dark schon lange sehr sehr lange nicht mehr bei irgendeinem anderen gesehen weil ich einfach selber zu viel so long dark also nicht zu viel aber ich spiele einfach selber genug tag meddy wunderschönen guten abend auch dir natürlich so ich glaube wir sollten doch jetzt gleich mal irgendwie einen unterschlupf aufsuchen da hinten ist der bär wo hier das eine hütte da ist die hütte die einzige die eigentlich ist ach jetzt wird er wieder mutig ne der drecksack ok pass auf wir wir versuchen das mal ich mache hier mal ein präuschen in der hütte ohne daumenweste die ist natürlich auch nicht schlecht ne wir haben keine vorhänge an den fenstern ich brauche stoff zum reparieren oh schmerzmittel nehme ich auch ich bräuchte theoretisch stoff zum reparieren aber haben wir nicht ne wir haben keinen stoff und das ist jetzt hier auch irgendwie nicht warm genug damit wir uns aufwärmen können ok pass auf wir machen folgendes ich strebe eine limo aber auch gar kein wasser ne ich müsste eigentlich mal feuer machen und es geht noch besser aus äh jetzt ich lasse ich lasse auch Vielen Dank.